Hallo und herzlich willkommen zum NZ Nachrichten Kanal. Wir bringen jeden Tag viele Informationen für Ihren Alltag. Und da Sie schon hier sind, bitte hinterlassen Sie ein Like und aktivieren Sie die Benachrichtigungen. Der Besitzer der Wagner-Gruppe fordert das Ende des Krieges in der Ukraine. Prigozhin sagt, dass dies notwendig sei für die russischen Behörden und die Gesellschaft im Allgemeinen. Dies ist das erste Mal, dass ein Verbündeter Putin sich für das Ende des Konflikts ausspricht. Der Chef der russischen Privatmiliz Wagner-Gruppe, Yevgeny Prigozhin, hat für Aufregung gesorgt, indem er sich für das Ende des Krieges in der Ukraine ausgesprochen hat. Der Anführer der Söldnergruppe erklärte, es wäre ideal, wenn Russland zu diesem Zeitpunkt erklären würde, dass die Ziele der Militäroperation erreicht wurden. Dies ist der erste öffentliche Vorschlag dieser Art von jemandem in der Nähe des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Für die russischen Behörden und die Gesellschaft im Allgemeinen ist es notwendig, der Spezialmilitäroperation ein Ende zu setzen, schrieb Prigozhin in einem am Freitag, 14.04. auf Telegram veröffentlichten Artikel und bezog sich damit auf die Art und Weise, wie Moskau den Krieg in der Ukraine nennt. Idealerweise, betonte er, sollte angekündigt werden, dass Russland die Ergebnisse erreicht hat, die es suchte und dass wir sie in gewisser Weise erreicht haben. In der Theorie hat Russland bereits ein Ende gesetzt, indem es einen Großteil der aktiven männlichen Bevölkerung der Ukraine ausgelöscht und einen anderen Teil, der in Europa Zuflucht gesucht hat, eingeschüchtert hat, behauptete der Wagner-Chef. Prigozhin betonte, dass Russland den Asowschen und einen großen Teil des Schwarzen Meeres eingenommen hat, einen saftigen Teil des ukrainischen Territoriums erobert hat und einen Landkorridor zur von Moskau im Jahr 2014 annektierten Krim geschaffen hat. Russland sollte sich seiner Meinung nach festigen und mit aller Macht an den Gebieten festhalten, die es bereits besitzt, und sich auf keinen Fall auf einen Deal mit der Ukraine einlassen. Wenn wir schlecht aus diesem Kampf herauskommen, ist das okay. Die befestigten Regionen Russlands werden es nicht zulassen, dass sie das Land betreten, fügte er hinzu. Der Anführer der Söldner erinnerte daran, dass für Russland immer das Risiko besteht, dass sich die Lage an der Front nach dem Beginn einer Gegenoffensive verschlechtert, und sagte, dass die einzige Option im Moment darin besteht, alles zu geben. Eine Erklärung des Kriegsendes zu diesem Zeitpunkt würde hinter den aktuellen Zielen des Kremls zurückbleiben, der die vollständige Eroberung von vier Regionen der Ukraine anstrebt, Lugansk, Donenk, Zaporizia und Kersen. Helfen Sie uns, indem Sie unsere Inhalte teilen. Video jede Woche so auf dem Kanal. Danke und bis zum nächsten Video.